Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus Einige auch zusätzlich Musik, die Musik haben sie aber die meisten schon vorher auch betrieben, haben also Musik vorher schon an Musikhochschulen besucht und streben also derzeit an den Abschluss eines Universitätsstudiums und zu diesem Beruf sind sie also in Wien untergebracht bei Familien, privat untergebracht, die mit der Verpflichtung eigentlich nur diese Gäste bekommen haben, dass sie nur Deutsch mit ihnen sprechen. Also sie müssen Deutsch lernen, weil sie ja alle auch als Hauptfach Deutsch dann als Mittelschulehramt dann anstreben. Und erst ganz, ganz wenig einen Konzertanten und künstlerischen Stellenwert ist es dort umgekehrt. Der vollständige Stellenwert tritt dort mehr in den Hintergrund. Aus dem Grunde setzt sich natürlich auch das Programm entsprechend zusammen. Ich bin aber überzeugt davon, dass Herr Professor Paul Brein, der an der Universität auch unterrichtet, den ich mit Ihnen auch herzlichst begrüße, Herr Professor, herzlichen Dank, Herr Professor. Für Österreich kein Neuling, der Herr Professor. Vor zehn Jahren war er schon bei uns in Lahn der Teuer am Jugendpräseseminar und hat uns damals besucht und hat unsere Jugendarbeit hier in Österreich, kennt er also. Ich würde sagen, die Jugendarbeit Amerika, Österreich unterscheidet sich dadurch, dass dort fast professionell vor sich geht und hier leidenmäßig vor sich geht. Hier kommt also jeder, der Lust hat zu musizieren, zu uns und will ein Instrument lernen und dort kommt der erste Jener zum Musizieren, der berufsmäßig das irgendwie erlernen will, zum Großteil. Aufgrund dessen ist natürlich auch das Niveau dieses Orchester sehr, sehr hoch und ich will hoffen, dass Sie es nicht bereut haben, zu uns gekommen zu sein und hier eine Stunde oder eineinhalb Stunden zuzuhören bei einem ausgezeichneten Langkörper unter der Leitung von Herrn Professor Paul Brein. Ich begrüße nochmals recht herzlich das Symphonieorchester Duke. Herzlichen Dank. Applaus Es ist unmöglich, dass wir so gut klingen können, aber wir möchten versuchen. Wir sind wirklich kein Profis, wirklich sind die normalen Studenten. Einige sind wirklich Profis auf Musikberuf, aber meistens sind normalen Studenten, Ingenieure, Musikmediker, was so. Also, die Musik für Spiele, ich werde sagen, zu Beginn haben wir ein Stück vom 17. Jahrhundert. Ich glaube, dass alle die Musik für Spiele ist melodisch. Man könnte sein Unterhaltensmusik von vier Jahrhunderten, kann man sagen. Zu Beginn dann eine dreisätzige Sonata für zwei Trompeten und Blasorchestre, aber bitte genau, für Strike Orchestra und das ist von Franceschini. Wir haben zwei ausgezeichnete Trompeterspielen, Phil Hale und James Caswell. Phil Hale kommt von Florida und James Caswell kommt von Texas. Drei Sätze, schnell, langsam, schnell. Drei Sätze für zwei Trompeten. Applaus Applaus Drei Sätze für zwei Trompeten. Drei Sätze für zwei Trompeten. Drei Sätze für zwei Trompeten. Amen. 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 Vielen Dank. 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 , 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 ,, , 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 ,, Vielen Dank. Ich könnte mich nicht vorstellen, dass es möglich wäre, irgendeine Komponist besser in Österreich oder weltbekannt als George Gershman. Er hat solche Lieder wie Fascinating Temp, A Rhythm, Embraceable You, Somebody Loves Me, Someone To Watch Over Me, I Got Rhythm. Sehr hübsche Sachen von George Gershman und arrangiert von Warren Barker, derselbe Mann, das das vorige Stück arrangiert hat. Musik, das heißt Gershman. Musik, das heißt Gershman. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.